Na ihr beiden, steht ihr wieder? Ja, das macht Spaß, ne? Das ist erstmal zu drollig, außen wie ich sagen. Ihr beiden kleinen Tobe Mäuschen. Ja, das sind Amy und Carlotta, das ist die schwarze, das ist Carlotta, das ist die Mutter und die Hölle, das ist Amy, die Tochter. Carlotta wird jetzt neun und Amy ist jetzt knapp drei Jahre. Will ich schon fail mitspielen? Das war aber fix. Glück Carlotta nicht mehr. Carlotta, wo ist die Amy? Ach, die Amy will jetzt lieber Ball spielen, ok. Ja, was ist denn Ball, Amy? Was ist denn Ball? Ja, sonst musst du Carlotta gehen. Ne, will sie nicht. Na gut.